Ich möchte mich jetzt als nächste Rednerin die Christine Weber von der Montags-Demo Saarbrücken vorstellen. Sie ist 83 Jahre alt. Ich denke, dass ein besonderer Applaus wäre. Christine Weber, gehen wir her. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, aus dem Saarland bringe ich herzliche Grüße und die Hoffnung auf einen guten Erfolg der heutigen Demonstration. Mein Name ist Jose Christine Weber. Geboren 1930, war ich bei Kriegsende gerade 15 Jahre alt, als für mich eine Welt zusammentrat, weil ich glauben lernen musste, welche Verbrechen mein Land begangen hatte. Warum hast du beschrieben, sollte mir einmal nicht vorgeworfen werden. Daran habe ich mich mein Leben lang erhalten. Auch heute ist vieles nicht in Ordnung. Kriege soll es eigentlich nicht mehr geben. Sie haben in den betroffenen Ländern das Elend eher vergrößert, ziehe der Rat Afghanistan und andere Länder. Was mich besonders empört, ist die angebliche Rettung unseres Landes mit der Sozialreform Agenda 2010. Mit der Einführung von Hartz IV wurden unendlich viele Menschen in unserem Land in Elend gestoßen, aus denen sie sich kaum wieder herausarbeiten können. Das muss Politik dringend ändern. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.